ja das einzige was wir alle benötigen ist ein gutes gefühl damit man den tag für erfolgreich sieht ganzheitlich damit man gut schlafen gehen kann ein gutes gefühl das einzige nicht lang ein augenblick aber echt ja aber im gefängnis hier auf der erde ist es ein bisschen schwierig wir sind ja selber hier reingekommen hier gibt es spielregeln und wenn man sie spielt dann befreit man sich arbeit macht frei hat man einer gesagt ja aber ich würde sagen wenn die arbeit mit liebe gemacht wird dann macht sie frei aber im grunde langt einfach die liebe die frei macht die bedeckte sünden fehler und mit anderen worten die liebe vergibt auf gut deutsch und wenn etwas nicht vergibt oder jemand nicht vergibt dann ist da keine liebe und wenn man sich selbst vergibt dann kommt liebe und wenn liebe da ist dann ist ein gutes gefühl da und dann ist der tag wieder so wie sein sollte so gut gelebt wie es geht gefühl und mit herz